Hallo, mein Name ist Manfred Brasch, ich bin Landesgeschäftsführer des Bio-Indie in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Diese Woche gab es eine gute Nachricht aus Brüssel. Die Europäische Kommission wird das Thema Müllproduktion auf die Agenda setzen. Es gibt jetzt einen Aktionsplan Kreislaufwirtschaft. Und das bedeutet, dass wir zukünftig reparaturfreundliche Geräte erwarten können. Das ist ein guter Ansatz und das zeigt nochmal, wie wertvoll auch Brüssel für eine innovative Umweltpolitik tatsächlich sein kann. Schauen wir nach Hamburg. Dort stehen ja jetzt die Koalitionsgespräche an. Ab Montag werden rote und grüne Politiker zusammentreffen, um die nächsten fünf Jahre zu besprechen, auch welche Eckpunkte bei der Umweltpolitik dann wichtig sein werden. Unsere Forderungen sind ganz klar, es darf keine neue Stadtautobahn geben, keine A26. Sie ist nicht finanzierbar und sie ist auch nicht gut begründet. Worum geht es noch? Um Flächenschutzpolitik in Hamburg. Hier fordert der BUND ganz klar, Netto Null muss kommen. Wir dürfen nicht unsere Stadt immer weiter zubauen. Wir brauchen diese Freiflächen auch für den Klimaschutz, auch für den Biotopverbund. Klimaschutz ist das nächste Stichwort. Hamburg muss 2035 bereits klimaneutral sein. Auch hier erwarten wir von der neuen Regierung effektive Maßnahmen, damit wir bei der CO2-Einsparung auch vorankommen. Zum Schluss noch in eigener Sache. Auch Corona geht nicht spurlos an uns vorbei. Wir werden in den nächsten 14 Tagen keine BUND-Veranstaltung ausrichten, aber wir sind natürlich weiterhin erreichbar unter mail at bund-hamburg.de und werden auch auf den sozialen Medien weiter aktiv sein. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Ciao. Absolutiv abonniere! Absolutiv abonniere! Absolutiv abonniere!